Beispieltext Betreff Beschwerde über den Service im Hotel Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich bei Ihnen über den Service in Ihrem Hotel beschweren. Während meines Aufenthalts in Ihrem Hotel habe ich leider einige negative Erfahrungen gemacht, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Zum einen war das Personal an der Rezeption sehr unfreundlich und wenig hilfsbereit. Ich hatte einige Fragen bezüglich der Umgebung und der Sehenswürdigkeiten, aber das Personal konnte mir keine zufriedenste Lenden Antworten geben. Auch das Zimmer war nicht sauber und es gab einige Probleme mit der Klimaanlage. Ich erwarte von einem Hotel dieser Kategorie einen besseren Service und eine höhere Qualität. Deshalb bitte ich Sie, meine Beschwerde ernst zu nehmen und angemessen darauf zu reagieren. Um das Problem zu lösen, erwarte ich eine Entschuldigung und eine angemessene Entschädigung für die Unannehmlichkeiten, die ich während meines Aufenthalts erlebt habe. Außerdem würde ich mich freuen, wenn Sie in Zukunft sicherstellen könnten, dass der Service und die Sauberkeit des Hotels auf einem höheren Niveau sind. Ich hoffe, dass Sie meine Beschwerde ernst nehmen und angemessen darauf reagieren werden. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. Mit freundlichen Grüßen, Anna Müller Ich freue mich auf die Information am gathered wie ich das,